Und dann waren wir so ganz am Ende von der Recher-Wegend-Seite waren wir so am Ratz dann so Oh mein Gott! Ich bin Sploon! Sploon! Splatoon-Docken! Ich bin der Kollege. 키 schrecklich, ne! Nein, nein, er flammt. Schrecklich! Schrecklich fahm行 ich! Hast du den falschen Mario-Brother ? Dieser哪? Ist nicht der aatliche Storburg? oder? pldrive totblook Inge schon heißt poltergast doch daran denkst du gerade Poltre geistert Das damit aus 148% ist leider wirklich ja 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 Aber das geht schon an der kannte festhalten war man stand ich auch ich muss aber erst mal raffen ich muss aber erst mal raffen wie der boss hier muss ich den post abknallen oder was ich bin so los ich schieße den boss ins auge und ich hoffe nicht dass ich mit der statue drauf haben muss ja habe ich dreimal ich habe es durch ich schieße ich schieße ich schieße ich schieße Ich muss den Boss eh nur 3x hauen, also. Ja, der geht dann auch noch weiter. Oh, du guckst vorne in den Händen. Das ist ja nicht so. Oh Gott, wo ist denn die Garnzeit? Ja, wo ist denn die Garnzeit? Die beiden Gäben. What the fuck? Oh Gott. Oh Gott. Du wirst doch auch die Hälfte des D-Shot-Shot. Nein. Nein. Dein Pro Controller zieht einfach nach links. Nein, der zieht ganz, ganz leicht nach links. Also mit diesem Bewegungsding. Nein. Wie sind wir jetzt noch gerade gemacht? 60? 60 oder so? Nein, ich hab einen Pribet Grab gemacht. Ich Idiot. Nein, verschissen. Na! Das Spiel hat mir meinen Sprung weggenommen. Zeiii Die Musik Erzähl Sonner Erzähl Das war's für heute. 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 Das war's für heute.